Von der Neugotischen Christuskirche am Kölner Stadtgarten ist nur noch der Turm übrig geblieben. Um ihn herum hat die Evangelische Kirche Köln ein neues Architekturensemble bauen lassen, zu dem auch ein moderner Kirchenraum gehört. Für die Gestaltung der fünf neuen Kirchenfenster konnte der international bekannte Künstler David Schnell gewonnen werden. Ein Vertreter der neuen Leipziger Schule. Guten Tag, Herr Schnell. Sie haben in Leipzig eine Hochschule für Buchdruck und Grafik studiert. Wie sind Sie dazu gekommen, Kirchenfenster zu gestalten? Also eigentlich bin ich da auch selber überhaupt gar nicht drauf gekommen, sondern durch eine Einladung. Und zwar war das in der Thomaskirche in Leipzig anlässlich des 20. Jahrestags der Friedlichen Revolution gab es einen Wettbewerb für das sogenannte Friedensfenster und das war ein Einladungswettbewerb. Es wurden verschiedene Künstler angefragt, daran teilzunehmen, unter anderem auch ich. Ich habe dann eine Weile überlegt, gerade weil es für mich Neuland war und habe mich dann aber dafür entschieden und den Wettbewerb dann gewonnen und bin jetzt auch ganz froh, dadurch einen Einstieg in die Arbeit mit dem Materialglas gefunden zu haben. Was hat Sie denn gereizt? Sie haben ja, wie Sie ja sagten, lange überlegt. Was gab Ihnen dann so den Impuls zu sagen, ja, mache ich mit? Zum einen war es die Arbeit an einem spezifischen Ort und das Eingehen auf die Architektur, was mich interessiert hat. Also ich beschäftige mich auch in meiner Malerei sehr viel mit Raumperspektive, architektonischen Elementen und dieser Umgang mit einem Raum, also die Integration von räumlichen Gegebenheiten in die Gestaltung, war eigentlich quasi eine Fortführung meiner Arbeit. Was für einen Reiz hatte für Sie, die neuen Fenster der Christuskirche zu gestalten? Zum einen war es für mich sehr reizvoll, also ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Ich lebe zwar schon seit 20 Jahren in Leipzig, bin aber in Bergisch Gladbach geboren und in Köln aufgewachsen. Ich habe sehr viele Freunde hier in Köln und ich fand es natürlich toll, dass ich eben hier arbeiten und etwas in Arbeit verwirklichen konnte. Dann fand ich sehr interessant, dass es um zwei Arten von Architektur geht, mit der ich mich beschäftigen musste, quasi um eine Verzahnung von dem alten Turm, dem alten neugotischen Turm und eben dieser sehr modernen neuen Kirchenarchitektur, also dem neuen Kirchenschiff. Sie haben Pastelltöne für die Fenster gewählt und vertikale Linien. Warum? Was hat Sie jetzt beworben, genau in dieser Kombination diese Kirche zu gestalten? Der Fokus auf die vertikalen Linien wird eigentlich daher, dass ich mich auf die neugotische Architektur beziehen wollte, auf diese Säulenarchitektur, das nach oben strebende, das sich auflösen. Die Farbigkeit, also diese besonders leichte, pastellige Farbigkeit, wird zum einen daher, dass schon in der Ausschreibung vorgegeben war, dass die Fenster quasi ihre Funktion als Beleuchtung behalten sollen. Deswegen habe ich halt eine sehr helle Farbigkeit gewählt und ich habe mich schon auch an den Architekturgegebenheiten orientiert, was die Farbigkeit angeht. Es gibt gerade am Turm von außen auch Applikationen in rosa Parfüm. Daher gibt es so eine Tendenz eher ins rosa-rötliche in meinen Fenstern. Und ich hatte das Gefühl, dass der neue Kirchenraum, der quasi von innen komplett weiß ist und eine sehr reduzierte, einfache Anmutung hat, eine Farbigkeit brauchen kann, die, wenn die Sonne rein scheint, wirklich den Raum auch einfärbt. Und das ist eben bei dieser Farbigkeit, die ich gewählt habe, glaube ich, wird das ganz gut funktionieren. Also dieses rosa, helle Grün, dann ins Blau. Ist da auch eine Symbolik drin, dass Sie gerade diese Farben gewählt haben? Das muss ich eigentlich verneinen. Also ich habe lange überlegt, ob ich mich an Farbsymboliken orientiere, aber habe mich dann nicht dafür entschieden, sondern einfach mich eben von den Gegebenheiten inspirieren lassen. Also der naheliegende Stadtgarten war jetzt nicht der Inspiration für das helle Grün. Nee, das nicht. Also das ist tatsächlich, beziehungsweise es ist auch gar nicht so abwegig, der Gedanke, weil ich schon versuche, mit den Fenstern, beziehungsweise den Fenstern ihren Fenstercharakter auch zu lassen, indem ich halt vom Motiv her eine Art Ausblick kreiere. Und das passt natürlich, also dass man eben draußen und drinnen verzahnt auch. Jetzt ist die Kirche ja nicht irgendein Raum, sondern auch ein, sagen wir mal, spirituell aufgeladener, ein sakraler Raum. Warum? Inwieweit bewegt Sie dieser Kontext? Also das ist für mich eben das Besondere oder an den Kirchenfenstern, dass es eben eine Kunst am Bau ist, die an einem spirituellen Ort stattfindet. Und in Bezug auf die Gestaltung ist es einfach so, dass ich sehr lange an den Entwürfen gearbeitet habe und versucht habe, bestimmte Bewegungen hereinzubringen, einmal in den Raum hinein und dann aber das Ganze umzuwandeln in eine Bewegung nach oben und die Transzendenz des Lichtes einfach auszureizen und voll mit einzubeziehen. Das heißt, Sie als Künstler, der sich ja auch dann in diesem Kirchenraum erstmal bewegt hat, Sie haben ihn sicher auch auf sich wirken lassen, da ist schon auch so der Gedanke dabei hier, wir sind ja auch Menschen, die kommen nicht, um miteinander einfach zu reden, sondern hier geht es ja um einen besonderen Dialog. Genau, also eigentlich geht es darum, einen Art Reflexionsraum zu schaffen, also wo der Besucher sich vertiefen kann, wo er auch aufgrund der visuellen Eindrücke dann Muße hat, zu verweilen und sich zu vertiefen in die Farben, in die Räumlichkeit. Als erstes soll das Rosettenfenster im Kirchturm realisiert werden. Ist das dieses runde Fenster im Kontext eines vertikal gedachten Kirchenfensterkonzeptes nochmal was Besonderes? Ja, also zum einen ist es was Besonderes, weil es für mich halt auch absolutes Neuland war. Ich habe bisher auch noch kein rundes Bild gemalt, also mich dieser runden Form auszusetzen. Zum anderen war es natürlich in dieser Gesamtgestaltung total wichtig, weil es ansonsten eben diese vertikalen Fenster gibt. Es gibt viele vertikale Elemente in meinen Entwürfen und diese runde Form ist quasi wie der Nabel dieser ganzen Gestaltung. Zum anderen, die Fenster, die dieses runde Fenster flankieren, habe ich beispielsweise weniger räumlich gestaltet. Also die Perspektive findet halt eben in diesem runden Fenster statt. Verbergen sich denn hinter diesen vertikalen Strukturen der Fenster auch so etwas wie Bildmotive angedeutet? Es ist auf jeden Fall so, dass ich versuche, so eine Gratwanderung zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion zu assoziieren. Auf den ersten Blick mögen die Fenster halt sehr abstrakt wirken, natürlich auch durch die Farbigkeit, aber trotzdem versuche ich immer kleine Anhaltspunkte von Landschaft, Architektur, von einem Weg oder Ähnliches dem Betrachter anzubieten, um einen Einstieg zu bekommen. Das ist so, als würde so ein leuchtender Pfad so ein bisschen durch die Bilder, durch die Fensterbilder gehen. Richtig. Das Schöne an den Fenstern ist, gerade bei den Fenstern, die den Altar flankieren, dass sie bis zum Fußboden gehen. Also man kann quasi davor stehen und hat wirklich das Gefühl, so stelle ich es mir zumindest vor, dass man wirklich hineintreten kann. Aber dennoch wird diese Perspektive in den Raum hinein nicht zu Ende geführt, sondern es gibt dann eben gerade durch die Farbigkeit auch eine Bewegung nach oben. Und ich hoffe, dass sich die auch dem Betrachter erschließen wird. Der international renommierte Künstler David Schnell wurde ausgelobt, für die Evangelische Kirche Köln die neuen Fenster der Christuskirche zu gestalten. Mit ihm habe ich über diese ganz besondere Aufgabe gesprochen und Ihnen, Herr Schnell, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.